Sagt mir mal, wie ihr das neue Intro findet. Jo und Palsch, froh und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Endgames auf meinem Kanal. Ja, es ist der erste Aufnahmeversuch und ja, sagt mir mal, wie ihr das neue Intro findet. Und das war's eigentlich schon. Jetzt drehen wir uns auf das Spiel. Ähm, 30 Minuten, 2, 1. Rufen wir mal, dass wir in der ersten Kiste schon irgendwie, nee, brauchst du ich nicht. Wie jedes Mal, wenn ich Endgames spiele. Ähm, ich bin das ein bisschen am Suchten, wenn ich kann. Also, halt, wenn ich am PC bin, dann spiele ich meistens ein bisschen Endgames, weil ich will mir unbedingt einen Link kaufen. Und für das brauche ich ja 22.000 Coins. Und ich habe, ähm, über die Auffahrt, habe ich mir, ähm, 17.000 Coins erspielt. Und ich weiß nicht, wie viel ich jetzt genau habe, aber ich kann ja mal danach noch nachschauen. Und, ähm, vielleicht werde ich diese Woche noch, ähm, also, spiele ich die erste Runde als Link mit euch natürlich. Und, ja, was ich schaue, wenn ich vielleicht jetzt mal noch in der Kiste kriege, mit einem Schwert oder so. Ach ja, ich bin übrigens auch, warum ist denn hier überall die Borde? Äh, ich bin übrigens auch, äh, Schinken. Das war mal ein Premium-Kit, glaube ich. Ja. Okay, jetzt haben wir... Ähm... So, die Dauerns, egal, ich bock mich mal darüber. Ich will jetzt mal kurz... ...schnell abbauen. Schnell, 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 schnell. Hoffentlich werden wir jetzt nicht gerade porten, sonst ist das wirklich scheiße. Ja, ja, mit dem Schinken ist das... ...eisschwert, glaube ich, ein... ...so ungefähr ein... ...dia-stärke-einschwert. Also, vom Verhältnis her. Und ich werde mich jetzt... ...ne, ich werde mich nicht porten, ...weil, dann würde ich ja zweieinhalb ersten... ...weil, dann mal gucken, ob wir den von hinten ein bisschen clean aufbauen können. Okay, da... Ah, jetzt muss ich den Schinken nehmen. Mal schauen, ob wir noch abhauen können. Jetzt können wir den vielleicht... Ah, zack... Oh, kommt der abstauben, Junge, was ist denn mal die los, Alter? Egal, sehen wir uns in der zweiten Runde. Jungen, das sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. Minecraft Ender Games. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, wie viele Coins ich habe. Ich habe 40.400 Coins, wirklich? Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ähm, ja, statt 7.000, habe ich jetzt einfach 15.000. Ähm, mal schauen, wie viel wir in der zweiten Runde... Okay, warte. Wie viel in der zweiten Runde kriegen können. Ähm, die Coins und... Natürlich haben wir, wie immer, nichts. Und... ...MG Water. Okay, ich habe es wahrscheinlich... Keine Ahnung, ich finde es mir heraus, ...ob es geschafft habe oder nicht. Aber vielleicht haben wir ja erst mal Glück an einem heutigen Tag. Und ja, wir haben ein bisschen Glück. Äh, kriegen Eisenschwert. Auf jeden Fall, ich werde schon mal den Baum abbauen. Damit ich danach, ähm... ...wenn ich vielleicht noch an dir finde, schon mal... ...oh, dieser... Dazu werde ich heute mal nichts sagen, ne? Aber solche... Ich sage es mal nicht. Das sind einfach nur... ...richtig... ...assoziaten. Ne? Und den werde ich mir jetzt auch vorknüpfen. Ich weiß nicht, wer das war. Aber ich glaube, er ist in diese Richtung gerannt. Und wenn ich den kriege, ne? Dann werde ich den zu hat. Raten. Ich glaube, es war sogar dir. Der kann mich jetzt mal... Komm jetzt nur mit mir mit, ne? Dann kriege ich kurz Hunger. Jetzt für Hunger kriegen. Hunger. Okay. Schinken und... Oh, ne. Warte, warte, warte. Ach, scheiße. Kurz Goldapfel. Goldapfel. Den haben wir. Ah, die Junge. Okay, ich glaube, da war kurz ein Spectator da. Ähm. Natürlich haben wir wieder mal... Okay, doch. Essen haben wir genug. So, ich meinte... ...kein Leben. Und ein bisschen... Also der hat... ...klautet... ...war ungeheuer. Ja, ne, da war kein Ungeheuer wegen... ...weil er kein Ding hat. Wie heißt das? Äh, diese Anfangsrüstung von dem Ungeheuer. Aber egal. Dann können wir jetzt mal raggen, weil wir gepostet worden sind. Und dann haben wir jetzt auch schon ein bisschen anfangs... ...ähm, equipt. Das ist eigentlich schon auch recht gut. Ich werde jetzt mal denn... ...die Karotte essen, weil... Okay, deshalb können wir noch uns... ...noch kurz... Warte mal, vielleicht haben wir noch mal Eisen. Die vier Dias. Na, ähm... Ich werde mal ein Dias-Schwert craften, würde ich sagen. Oder ich jetzt... ...und noch einen Helm. So. Und da sind wir auch schon... ...einig richtig gut equipped. Ja. Ähm... Ich kann auch jetzt mal noch die... ...ähm... ...Fishing. Oder zeige ich mich mal ein Waveback. Ich spiele jetzt gerade mit dem Waveback, ja. Äh, vielleicht habt ihr das gemerkt, ohne dass ich es euch jetzt sage hier. Wenn nicht, dann ist mir auch egal. Weil... ...ich jetzt mal zu den... ...okay, warte mal. Ich wurde gepostet. G2, neun... Ja, okay. 90 Blöcke geht jetzt noch so. Die Heiltränke, werde ich hier reinpacken. Ähm... Kann ich dann was craften? Geh gerade kurz. Ne, kann ich nicht. Ähm... Aber ich bin eigentlich noch gut equipped. So können wir vielleicht die Runde reißen. Ähm... Einen Kiel haben wir schon gemacht. Wir waren nicht mal abgestockt, wenn ihr das jetzt denkt. Aber... Ja, ich fände dem Gegner in die Arme, so es aussieht. Weil... ...das finde ich gut, dann können wir... Ne. Hier. Hier langs. Hier längs, wenn ich... Hier längs, ja genau. Aber... Äh... Was soll ich jetzt machen? Soll ich was essen? Geh, ich esse mal den Kuchen, weil sonst verhungere ich noch. Okay. Weil Regen muss ich ja nicht. Und drei Heiltränke haben wir auch noch. Ähm... Das ist jetzt die dritte Runde nach dem Cut. Da weiß ich nicht mehr ganz, ähm... Ob ich das schon angesprochen habe. Wenn schon, dann tut es mir leid. Und wenn nicht, ich glaube Ihnen ja nicht. Dann, ähm... Wollte ich mir nochmals erklären, warum ich die Runde jetzt gerade drinnen gelassen habe. Und zwar, ähm... Wollte ich euch sagen, dass ich nicht, das wisst ihr ja bereits einig, dass ich nicht der Wüste bin. Ähm... Selber richtig auf, ne? Und... Was habe ich denn Schinken mit uns? Egal, das war nötig. Das war nötig. Kriegen wir den vielleicht? Oh nein, der hat uns vergiftet. Jetzt müssen wir... Oh nein, der hat uns gekriegt. Alter, war... Ah, der war Wissertarm. Hatte der so viele Tränke? Oh mein Gott. Eineinhalb Herzen. Das kackt mich jetzt gerade an. Ich würde sagen, wir sehen uns da dritten Runde. Tut mir leid, aber... Diese Runde gewinne ich. Versprecht euch. Jo, und da sind wir auch schon wieder in der dritten Runde. Ich zeige jetzt mal, was ich als für ein Kit habe. Dadurch, die Anfangskit, die hat jeder. Dann habe ich bis hier... Ähm... Bis zum Vampir war ja mal Premium. Dann habe ich den Bombard, den Stormpar, den Panzer, den Wissert, den Skorpion. Was habe ich denn noch? Ähm... Assassinen, Tracker, Chameleon, Spion, Mario. Hab ich... Das habe ich. Ähm... Morpher und Enderman. Dann habe ich, glaube ich, nichts mehr. Ja, doch ungeheuer habe ich mir noch gekauft. Ähm... Wenn ihr Mini-Endergames sehen wollt, und euch ein Kit gefällt, das ich jetzt gerade gesagt habe, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann gibt es auch schon noch mehr. Ähm... Jemand hat gefragt, ob ich mal One in the Chamber machen könnte. Ja, kann ich. Ähm... Ich werde es wahrscheinlich auch machen, aber weil ich einen Bogen... oder halt ja, ich finde den Bogen nicht gut. Ähm... Und mal schauen, ob ich da... Ich könnte es machen, aber wahrscheinlich erst so in der Woche... Na komm, ich kriege das... Ja, ich habe das Eisen gekriegt. Wahrscheinlich erst so in der Woche. Ähm... Und da werde ich wahrscheinlich dann auch richtig ragen. Ähm... Jetzt haben wir eine Ender-Perle. Werte ich mich wahrscheinlich gerade... Also ich werde noch ein bisschen laufen. Damit ich... Äh... Sicherlich... Hier... Nicht zu den... Zum Dschungel porten kann. Ja, ja, zum Glück habe ich mich noch ganz knapp geportet. Da kann ich mir jetzt auch ein bisschen Equip... Craft, ne? Ich glaube... Ja, ich Schuhe und Helm. Äh... Das sollte eigentlich mal für den Anfang klar gehen. Ähm... Wenn ich den Schinken dann auch noch richtig einnutze. Oder benutze, besser gesagt. Ähm... Dann wird das vielleicht was. Wer weiß es. Warte mal. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Gold. Ja, ich habe noch Gold gekriegt. Genau, zum Glück habe ich gewartet. Dann kann ich mir jetzt nämlich eine Brust machen. Und... Hätte ich gewartet, hätte ich mir auch noch... Das hätte ich mir noch machen können. Ähm... Genau, ähm... Vielleicht... Ja, ich hätte mir eine Eisenbrust machen können. Glaube ich zumindest. Vielleicht kriegen wir jetzt gerade ein bisschen Hunger. Kurz abhauen. Sofortausche, wie wenn wir abhauen wollen. Dann den Schink benutzen und... Ja... One-Hit war der. Der war link. Zu... Ja, der war link zu 100%. Äh... One-Hit eben. Drei Herzen gezogen mit dem Schinken. Der ist eigentlich richtig OP, wenn man den gut benutzen kann. Und jetzt wollte ich noch mal kurz etwas ansprechen. Und zwar hatte ich Bock auf ein kleineres, neues Format. Das ist ein bisschen geklaut. Ähm... Wenn ihr Nestys kennt, dann wisst ihr von was ich rede. Ähm... Am 18. Format. Ich glaube, jede Woche ein Mal kommt das. Oder... Ja, ich finde es richtig cool. Ähm... Oder wo es sich über YouTube handelt. Der ist wahrscheinlich hinter mir. Okay. Ja! Oh mein Gott, der war Techniker. Oh mein Gott, ich hab den noch gekriegt. Oh mein Gott. Nee, ich muss abhauen. Nein, der kommt. Was soll denn das? Nee, der kommt nicht. Oh mein Gott, er geht. Yes, er geht. Ähm... Hat der den nicht... Oh nein, er kommt, er kommt doch. Er kommt doch. Yes, er wurde geportet. Ja, zum Glück, Alter. Oh mein Gott, ich hab den noch... Yes. Alter. Richtig nice. Oh. Jetzt muss ich hier schnell einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Hier, Schuhe. Hose. Nein, ich hab die Brust weggeworfen. Bitte bekomme ich die Brust noch. Ich hab die Brust noch bekommen. Zum Glück. Ähm, ja. Wenn ihr Ernestis kennt, dann wisst ihr vielleicht, worauf ich rede. Ich glaube, das Format heißt... Nein, ich sag jetzt nichts. Sonst sag ich nur Bullshit, weil ich's nicht... Weil ich's nicht genau weiß. Oh mein Gott, ich hab den gekriegt. Oh mein Gott. 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 Oh, ich hab die Diabust. Geil. die runde läuft die runde läuft wir haben noch das vier spiel für gegner besser gesagt der ist auch 64 blöcke entfernt habe ich jetzt schon 80 habe ich ein bisschen ruhe habe ich ein bogen habe ich wahrscheinlich habe ich weggeworfen ein paar mal egal ich bin eh nicht so der bogenkämpfer werde ich hier das mal alles in die kiste rein tun das macht ja nichts ich kann auch mal die angel ich habe schon gezeigt glaube ich zumindest weil die kann ja ich spiele mit ich bin auch schon gesagt ein bisschen durcheinander weil das irgendwie ist die erste runde nach dem zweiten kam ja und ich habe schon so viel erzählt ja wobei ich das dies format wo er andere nur zu lang über youtube ich möchte auch so was ähnliches machen und wenn ihr von ihm interessieren wollt aber ein bisschen abgeändert vielleicht eine idee für mich habt und dann auch noch einen namen dann wird es mich freuen wenn ihr das mal in die kommentare schreibt jetzt haben wir hier noch instant damage potions und ja die runde läuft würde ich sagen dort haben wir noch ein speedblock ich glaube den hole ich mir kurz gut ja was kann ich noch sagen wenn ihr eine idee habt was da machen ändern oder vielleicht sogar es nachmachen könnte was ich eigentlich nicht will weil und bogen und tier schuhe ich möchte das eigentlich nicht nachmachen weil es sind schon wieder die hater ja du machst alles nach du hast keine eigenen ideen vielleicht habe ich die wirklich nicht aber dafür kann man ja nicht dafür wenn man nicht der hellste ist die spaß ja ich bin echt nicht der hellste aber das wollen wir mal beiseite lassen okay der ist 100 ich erstmal schinken da war noch mal jemand schinken das hat man gerade gesehen ich habe zwei schinken im inventar wir haben bis jetzt auch nur noch einen gegner ich würde sagen die runde ja ich habe ein paar coins gemacht wenn man eine runde gewinnt kommt wir haben glaube ich 500 coins ja und 100 coins wenn ich rechnen kann 100 coins dann geht klar würde ich sagen würde ich behaupten 600 coins was kriege ich da für ein scheiß 600 coins bekommt man das geht klar und dann habe ich hatte ich auch bald die 17.000 was ich behauptet habe ja den link werde ich dann mehr spielen wenn ich den link habe werde ich es werde ich ihn als erstes mit euch spielen vielleicht wollt ihr den link sehen habt ihr noch nie noch nie gesehen ich bin ich dumm egal hat nun alles nichts erst nicht weiter dann ein halbes herz gezogen ich sehe den auch schon ich glaube dass ich wurde er hat sich geboren glaube ich dann nicht so gut okay da haben wir die runde auch gewinnen können weiß nicht was er die ganze runde gemacht hat noch ein gg natürlich sofort gelieft in ein kill plus das war nicht ihr dann kill plus 500 600 coins ich würde sagen das war eine schöne runde wenn ihr mehr endergames auf meinem kanal sehen wollt dann lasst doch ein like da und dann sehe ich es ja 6 mal endergames oder wenn es gut ankommt bei euch dann werde ich vielleicht schon nochmal bringen am samstag dann soll dass das jetzt wenn man an den mittwoch gekommen ist aber wenigstens kommt noch ein video und dann werde ich sagen tschau leute